Schnell! Hier rauf! Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie? Hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und verklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich hab ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahm mich mit in ihr Versteck. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur. Und sie hat gedauert. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. So. Damit herzlich willkommen zurück. Zu The Last of Us Left Behind. Wir folgen Riley. Wo auch immer sie hin will. Wo auch immer sie hin will. Wo auch immer sie hin will. Und mit wem hängst du so ab? Oh. Keine Ahnung. Mit mir an so richtig. Jetzt wissen wir. Tina und den anderen. Wie geht's denen? O'Reilly. Es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja. Stimmt schon. Scheint hier aber auch nichts zu looten zu geben. Oh. Look for the light. Hast du das Licht schon gefunden? Oh. Ha. Ha. Oh. Tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, ob ich keiner soll sagen. Ach so. Wir können berichten, dass die Tune seit 30 Tagen. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Wand. Verstecken ist nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, kam ich dir in Auftrag zum Töten von... Lass uns lieber über was anderes reden. Oh. 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 Leckung. Oh. 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 Hey, tja, vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene aufgebracht. Sie will, dass du sicher bist, wie du am Leben spielst. Ich soll dich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich keine Probleme mache. Da! Hey, hast du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe nur Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Leicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Warte es doch einfach ab. Also, sie hat eine Überraschung für uns. Und es ist was vorgefallen zwischen den beiden. Sie haben sich 46 Tage nicht mehr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Fett gefallen. Herzinfarkt oder so. Nein. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Hm. Hm. Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Oh. Nein, danke. Mehr für mich? Prost Winston. Nee, das machen wir nicht. Hat das Zeug. Na komm. Ist hoffentlich besser so. Ich weiß nur, wo will sie hin? Was will sie uns zeigen? Und wie sollen wir da jetzt hochkommen? Ali, hilf mir mal. Das wollen die jetzt hochstehen. Das klingt noch der einzigen Möglichkeit hier. Okay, anderer Weg. Wie schaut es hier aus? Hey, Riley. Ich helf dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Riley? Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich hab die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Oh. Sieh es dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ein Wehrwolf. Ja, voll krass. Brüll mal. Ehrlich. Echt? Du sollst brüllen. Okay. Ah, okay. Ja, das war irgendein Kostümverleiher. Das war mal. Oh, was ist das da? Augen. So was kauft jemand? Ist mir zu hoch. Wow. Das war blöd. Frankenstein. Aber ich wüsste nicht, dass Frankenstein aus dem Sarg kam. Ich steh voll auf Vampire. Können wir eigentlich eine andere Maske mal anziehen? Ich bin Dracula. Ähm. Alles klar. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Ja. Kostüme, Candy, Decorations, Wigs. Ja, das ist die Halloween-Abteilung hier hinten. Nee, das ist eigentlich alles Halloween. Kann das sein? Okay, Leute. Waren wir uns ziemlich in. Oh, was haben wir denn da? Mein Gott, die Nase. Hahaha, die roten Schuhe. Was hast du mit ihnen gemacht? Oh, weh, Toto. Was sollen wir nur tun? Hahaha, oh Mann. So einen Kürbis können wir uns nicht aufsetzen. Nee. Was ist das denn da? Wahrheit, Schädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Äh, werden wir heute sterben? Nichts. So ein Quatsch. Du musst den umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. Oh, oh, so ein Trost. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich. Kommen wir nochmal. Werde ich wieder Autofahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Mhm, das ist sehr gut möglich. Das war schon sehr beugt. Ich will vielleicht irgendwann mal Brüste. Haha. Die Geister schweigen. Ach, war ja klar. Bist du ein Arschgericht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt? Ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Lass sie gehen. Alter, wie viel gibt's denn da? Get Riley. Jemals besser im Poker sein? Die Antwort ist nicht eindeutig. Ach, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nö, das hab ich aufgegeben. Poker gehört dir. Aha, sie ist also sehr schlecht im Pokern. Und das war's hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Warte, was ich meinst nicht. Wird er jemals so witzig sein wie ich? Oh, bitte. Ich bin ungefähr zehnmal witziger als du. Er sagt, nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich. Skelettseher sagt das. Gut. Skelettseher kann ich mal. Gut, Ellie. Skelettseher. Fliegende Untertasse. Ein Skelette vom Dach. Ah, ein Römer. Was hat denn ein Römer hier zu suchen? Inmitten von dem ganzen Halloween-Zeug. Hallöchen. Bei den Skeletten weiß man auch nicht, wenn die da rundhangen, ob die jetzt dekoraziert sind oder ob die echt sind. Ah, nochmal Vampir. Also das war anscheinend... Entweder haben die jetzt gerade bloß ihr Halloween-Sortiment drin. Ich bin wohl in Mode. Oder das war ein reiner... Also das war ein reiner Halloween-Shop. Das könnte natürlich auch gewesen sein. So, wie geht's jetzt hier weiter? Da hinten. Schaut's gut aus. Schauen wir mal kurz zur Kasse. Was hat sie denn da mit dem Typen? Ha. Ah, diese Wackelturkenköpfe. Naja, so gut kenne ich die eigentlich gar nicht. Also. Wie kommen wir da hoch? Kann ich das verschieben? Nee, kann ich nicht verschieben. Aber irgendwie muss ich doch da hochkommen. Vielleicht von der anderen Seite? Nee, da komme ich nicht hoch. Kessel der Schatten. Wahre Horrorgeschichten. Furchtsame Fabeln. Schön. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wir könnten natürlich einfach durch die Tür gehen. Das wäre... Hm, das wäre natürlich auch einfach. Hm. Ah, ich habe eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das Grote ist deins. Meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst. Ich bin dabei. Alles klar. Dann... Ja! Auf geht's. Dann werfen wir mal die Scheiben da ein. Ja! Und... Zack. Ja, Flo wird das gemacht. Nummer 2. Oh. Ja, gut. Was hast du jetzt? Okay. Bingo! Nein. Shit. So. Ja. Schön. Was? Zack. Komm. Der Letzte. Das schafft sie nicht. Zack. Komm, schnell, Ali. Zack. Steinwurf-Champion! Meins hat da härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Wieso bist du gegangen... Äh... Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt? Vergiss es. Hm. Äh... Äh... Bevor du weg bist... Warum hast du mich so angefahren? Ich brauchte Zeit, um mir über alles klar zu werden. Das hab ich dir doch gesagt, aber... Du hast mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Ja, weil du mir wichtig warst und... Ich weiß, ich weiß, ehrlich. Hör mal. Schnee von gestern. Jetzt sind wir hier. Also los, komm. Lass mich dir das zeigen. Wir sind fast da. Das wollte ich dir eigentlich gar nicht fragen. Ich wollte nicht das erste fragen, aber dann... Musste ich einfach... Ich hab irgendwas gedrückt, weil... Ähm... Das Spiel automatisch ausgewählt hat. Was nicht so geil war. Okay. Dann mal weiter. Was machen wir hier? Ich bin ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen. Stimmt's? Ja. Komm mal mit. Oh, warte mal kurz. Was liegt denn da? Nee, Bahnhin... Bahnhinweis. Major Banks. Dies ist meine dritte Anfrage innerhalb vieler Wochen, nach zusätzlichen Patrouillen in meinem Bereich. Seitdem die Quarantänezone Hartford weggefallen ist, wurde die Stadt mit Flüchtlingen überflutet. Viele von ihnen kommen durch das Einkaufszentrum, weil es hier so wenige Soldaten gibt. Diese Leute sind verzweifelt. Und wenn sie die Stadt betreten, sind sie meistens auch infiziert. Wie ich es in meinem Bericht erklärt habe, musste ich allein letzte Woche drei Infizierte der Stufe 1 ausschalten. Ich weiß, dass die Mittel knapp sind, aber wenn wir hier nicht mehr Sicherheitsleute bekommen, wird dieses Einkaufszentrum verdammt nochmal überrannt. Mir hört überhaupt niemand zu. Der Lakai, Sergeant Winston Asher. Sie werden überrannt. Sie werden überrannt. Von den Flüchtlingen, vor allem von den infizierten Flüchtlingen. Ich komm' ja schon. Leute, ich komm' ja schon. Was ist hier denn? Hier geht's noch nicht lang? Oder sie will hier noch nicht lang? Ach so. Ah, das sollen jetzt wie machen? Das funktioniert niemals. Was hab' ich gesagt? Heißt das, das Ganze ist hinterher Licht? Finden wir's raus. Okay. Finden wir's raus. Auf dahinter. So, und jetzt können wir hier aufmachen. Ich hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt hab', bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Oh, Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh, Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Du kuh, duλιst du startgust. Bist du